Mann oder Frau? Welches Geschlecht haben jeweils die beiden Gesichter? Die meisten Menschen erkennen in dem linken Gesicht eine Frau. Auf dem rechten Bild sehen sie einen Mann. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um ein und dasselbe androgyne Gesicht. Bei dem linken Bild wurde lediglich der Kontrast verstärkt, bei der rechten, männlichen Version des Bildes ist der Kontrast dagegen sehr viel geringer. Wir erkennen Geschlechter also nicht nur an der Form des Gesichtes, auch der Kontrast ist entscheidend.